Kurz vor Weihnachten auf Shopping-Tour. In den Geschäften soll ich in Stimmung kommen für den Geschenkekauf. Und wie jedes Jahr sehe ich überall Preistricks. Hier zum Beispiel. Herabgesetzt um mehr als die Hälfte. Ein echtes Schnäppchen also. Kann aber auch nur der klassische Trick mit dem Ankerpreis sein. Und der geht so. Wenn ich mir etwa ein Fahrrad kaufen will, dann habe ich dazu eine ungefähre Vorstellung, welchen Preis ich angemessen finde. Mit dieser Zahl in meinem Kopf, dem sogenannten Ankerpreis, vergleiche ich den tatsächlichen Preis. 650 Euro? Viel zu teuer. Klar, dass der Händler diesen Vergleichspreis in meinem Kopf gern beeinflussen will. Zum Beispiel mit einem neuen Preisschild. Nun sehen die 650 Euro aus wie ein reduzierter Preis. Denn die 750 Euro des Händlers sind in meinem Kopf längst als neuer Ankerpreis angekommen. Das Fahrrad ist nun ein Schnäppchen. Natürlich geht es auch darum, wie ein Preis aussieht. 99 Cent, das wirkt viel preiswerter als ein Euro. Also Schwellenpreis heißt das. Immer kurz unter der nächsten vollen Zahl. Übrigens, eine kleine Zugabe lässt mich auch einen höheren Preis akzeptieren. Oder eine schicke Verpackung. Was es kostet, ein Produkt herzustellen, spielt kaum noch eine Rolle. Wichtig bei der Preisgestaltung, Psychologie. Das sehe ich überall, wo ich hinkomme. Und dann gibt es natürlich noch dynamische Preise. Jeder kennt das von der Tankstelle. Jedes Jahr steigen die Spritpreise just vor den Feiertagen, wenn die Leute mit dem Auto in Urlaub fahren. Dynamische Preise im Online-Handel ist das schon die Regel. Wenn ich im Netz meinen Weihnachtsurlaub buchen will, dann hängt der Preis des Fluges auch davon ab, wie viele Leute gerade das gleiche Angebot anklicken. Sind es viele, verlangt die Airline mehr Geld. Und auch der Wettbewerb beeinflusst den Preis. Könnte ich mein Reiseziel auch anders erreichen, mit Zug oder Bus, hängt der Ticketpreis an den Angeboten der Konkurrenz. Preise schwanken manchmal im Sekundentakt. Und manchmal verrät mich sogar mein Telefon. Allein, dass ich es benutze, bringt dem Händler Informationen. Buche ich mit dem Smartphone, weiß der Verkäufer, dass ich unterwegs bin und meine Preisrecherchen wahrscheinlich schon abgeschlossen habe. Und das ist nur einer von vielen Tricks im Online-Handel. Hier kennt mich der Verkäufer genau. Er weiß, was ich bisher gekauft und wofür ich mich je interessiert habe. Wenn ich im Netz einkaufen gehe, gebe ich viel von mir preis. Geschlecht und Alter sowieso, mit dem Wohnort oft auch Hinweise zur finanziellen Lage. Achte ich nicht auf meine Daten, bringt das Online-Händlern in Zukunft ganz neue Möglichkeiten. Was das mit Preisen zu tun hat? Naja, wenn der Händler über die Finanzlage von uns Kunden Bescheid weiß und noch dazu, wie dringend jemand ein Produkt haben möchte, könnte er jedem den Preis anbieten, den er oder sie gerade noch zu zahlen bereit ist. Personalisierte Preise, für mich ein Albtraum, aber vielleicht die Zukunft. Noch aber kaufen die meisten wie ich vor Ort im Geschäft ein. Auch, weil es einfach Spaß macht. Mit Blick auf die Preise aber sind die guten Gefühle ein Problem. Denn Herz verdrängt Hirn. Und beim Weihnachtsshopping gilt das sowieso.